Ja, danke an Julia. Julia hat gesagt, André, guck dir doch mal die Sache mit dem Eisberg an. Habe ich gesagt, was für ein Eisberg? Ah, der viereinhalbmal so große Eisberg wie Berlin-Eisberg. Den gibt es tatsächlich hier von der Tagesschau. Letztlich wird er schmelzen und verschwinden. Okay, also das ist von Mitte Januar. Aber genau, das ist ein Eisberg, der viereinhalbmal so groß ist wie Berlin. Und an dieser Stelle möchte ich euch fragen, ja, also ich fange direkt einmal an. Was ist los mit unserer Presse und mit dem Journalismus? Ist das Saarland nicht mehr gut genug für Größenvergleiche? Greifen wir jetzt auf Berlin zurück? Ja, also ich meine, viereinhalbmal so groß, was denn das? Dieser Eisberg ist anderthalbmal so groß wie das Saarland. Wäre das nicht einfacher gewesen? Aber um das mal ein richtiger... Das klingt auch beeindruckender. Viereinhalbmal so groß wie Berlin? Nee, eineinhalbmal so groß wie das Saarland. Ja. Findest du? Ich finde schon, wenn man Land drin hat, wenn man größer ist als ein Land, ist das schon... Ja, ich denke, ich weiß, woher das kommt. Aus der Hauptstadt. Nein, 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 nicht aus der Hauptstadt. Also ja, vielleicht schon aus der Hauptstadt. Ich weiß nicht, wo das hier geschrieben wurde. Das kann ja auch woanders sein. Aber die BBC hat als erstes darüber berichtet, weil die BBC mit einem englischen... Also da irgendwie bei einem Forschungsboot mit dabei war und von dort Bilder gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es direkt die BBC war oder ob das ein freier Reporter war, der die Bilder gekauft hat und so weiter und so fort. Wie das halt immer so ist. Die hatten halt Bilder von vor Ort. Und das, was hier gezeigt wird, wenn man da drunter scrollt... Achso, hier ist jetzt keins dabei. Bei anderen Artikeln war dann hier Bild von der BBC. Und hier ist jetzt gerade bei dem Bild ist kein Bildnachweis dabei, aber das hier ist auch ein Bild von der BBC tatsächlich. Und bei der BBC steht... Achso, genau. Das steht als erstes, wenn man da drauf geht, sagen die, der Eisberg ist zweimal so groß wie the Greater London Area. Also sie beziehen es auf die Landeshauptstadt und dann muss man natürlich viereinhalb Mal so groß wie Berlin da mit reintun. Aber ich war so ein bisschen... Also ich meine, ich bin froh, weil ich finde die so groß wie das Saarland, weil ich habe keine Ahnung, wie groß das... Also ich hatte bis vor ein paar Jahren keine Ahnung, wie groß das Saarland ist, bis ich irgendwann mal nachgeguckt habe. Das Saarland ist halt 2569,69 Quadratkilometer groß. Ja, oder halt, da kann man dann wundervoll ein Nanosaarland... Also ein Nanosaarland sind zweieinhalb Quadratmeter. Das ist ein Milliardstel eines Saarlands. Das hilft einem auch überhaupt nicht weiter, in irgendeiner Form sich Größen vorzustellen. Aber das nur der Vorstelligkeit halber. Berlin ist 891 Quadratkilometer groß. Also, ja. Genau. Ein bisschen kleiner und... Genau. Aber was ist das für ein Eisberg, wenn wir jetzt gerade über Bundesländer sprechen? Was ist das für ein Eisberg? Und mal, um den direkten Größenvergleich zu haben, habe ich hier... Das hier ist mal die Wanderroute. Aber da hat jemand mal Fictional Images gemacht. Das linke kann man vielleicht erkennen. Das ist auf jeden Fall was mit Sylt. Da ist Sylt. Ne? Da ist Hamburg. Da oben ist Flensburg. Das ist schon ganz schön groß. Dieser Eisberg. Das ist ein Saarland. Anderthalb Saarländer. Fast, ja. Einerthalb Saarländer groß, würde ich mal so sagen. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt so. Vielleicht viereinhalb Mal Berlin. Man weiß es nicht. Ja, aber... Genau, was ist das hier? Da bin ich mir nicht sicher. Ist das... Ist das... Korea? Aber ich erkenne die... Ich habe keine Ahnung. Nee, kann nicht sein. Nein, das ist viel zu klein für Korea. Hier unten sieht man einen Scalebar 30 Kilometer. Hier unten, ja? Ja, aber steht da nicht bei Figure 5 dran, was das für eine Vergleichskarte sein soll? Irgendwo? Dann müsste ich auf die andere Seite gehen und das nochmal... Sorry. Ganz viel Mal das Fürstentum Lichtenstein. Danke für diesen Beitrag, Sarai Zani. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Also, wo kommt dieser sehr, sehr große Eisberg her? Der kommt aus dem... Aus dem November 1973. Nee, aus dem November 1986. Aus dem Filnchener Eisschelf ist der rausgekalbt worden. Ja, Eisberge werden gekalbt von Gletschern. Ja, genau. Und hier ist quasi zur Geburtsstunde, und das war sehr lustig, da ist hier noch so ein roter Punkt da drauf, die Sowjetunion, nicht Russland, sondern die Sowjetunion, so alt ist dieser Eisberg, die Sowjetunion hatte auf dem Eis... Er ist noch jung. Okay. Hatte auf diesem Eisstück eine Antarktisstation. Und als der dann abbrach, hier mit anderen Eisbergen zusammen... Nicht mehr in der Sowjetunion, dann war das doch einmal... Haben die das dann evakuiert? Bitte? Was hast du gesagt, Inga? Nee, ich habe erst gesagt, dann war das nicht mehr in der Sowjetunion. Das war die ganze Zeit nicht in der Sowjetunion, das war am Südpol, das hätte ich vielleicht dabei sagen sollen. Ach so. Dass der Völnchener Eisschelf am Südpol ist. Für mich ist heute auch schon die sechste Stunde, Leute. Das ist ein sehr schöner Stream. Ja, ja, ich freue mich auch, der Letzte zu sein. Und dann auch die Sowjetunion. Ja, genau. Dann zerbrach die Sowjetunion. Ja, genau. Drei Jahre später oder so. Genau, aber da kommt er her, da ist A23 entstanden. Aber er ist dann rausgekalbt worden und er ist erst mal auf Grund gelaufen. Weil er ist nicht nur sehr, sehr groß, sondern er ist auch 400 Meter dick. Und dort ist das Wasser noch relativ flach. Und der ist dann einfach bumms auf den... Also im Moment, er war mal dicker. Also er ist quasi auf Grund gelaufen. Und der liegt quasi seit 1986, lag er dort auf Grund. Und ungefähr 2022, Anfang 2023 wurde er immer weiter unterspült. Das heißt also, von der Seite her ist mehr Wasser drunter und hat ihn quasi von unten halt schlanker gemacht und abgetaut. Sodass halt... Da ist mehr Wasser drunter jetzt. Mehr Wasser. Aber er ist auf Grund gelaufen quasi. Und einfach durch die Bewegung der Gezeiten, also Ebbeflut, Ebbeflut, hoch und runter, wurde an diesem Eisberg halt über die Jahrzehnte gearbeitet. Sodass er dann irgendwann aufgeschwommen ist. Halt so weit abgeschmolzen ist, dass er von seiner Bodenlage abheben konnte und jetzt durch die Gegend geschwommen ist. Und das sieht man, ähm, äh, genau. Und das sieht man dann hier. Äh, hier unten, äh, war er gestrandet. Also, ne, da sah man dann so ein bisschen, dass er langsam aufschwang mit der Zeit. Also irgendwie hier Oktober 14 bis 19, da war er noch relativ, äh, fest. Aber dann fing er halt an, so ein bisschen zu wandern. Und dann, äh, kann man hier jetzt quasi über 22 und 23 verfolgen, wo er denn alles so langgeschwommen ist. Die Weddell Sea ist, ähm, an der, ähm, an der westlichen Küste von Antarkt, äh, der Antarktis. Äh, das können wir uns hier mal in diesem wunderschönen Video, das ich auch leider muten musste, angucken. Ähm, so, hier kann man es am besten sehen. Also das hier ist die Antarktis und hier ist diese Peninsula, wo da, äh, der, äh, Eisberg in die See hineingekalbt wurde. Und der ist dann jetzt hier hochgeschwommen und so weiter und so fort. Ähm, was man sehr schön sehen kann, ach so, genau, hier ist es nochmal. Also diese Peninsula, da ist der Eisberg jetzt gerade irgendwie im Januar gewesen. Und hier unten ist das, äh, ähm, ist Feuerland, also die Spitze von Südamerika. Also das ist gar nicht weit voneinander entfernt, damit man es ungefähr sieht. Und hier, guck mal, sie haben hier, die BBC hat hier auch mal schöne Größenvergleiche. Nicht nur Greater London, sondern Hawaii's Big Island und Cyprus noch daneben gesetzt, damit man einen Größenvergleich sich mal vorstellen kann. Ja. Anderthalb Saarländer, würde ich auch sagen. Genau. Und hier sieht man dann, wie das langsam, wie er sich langsam frei driftete und so weiter. Aber das war es halt wirklich, hier ist mal ein Foto von der Seite. Also bei einem Eis... Das ist doch Kolgate. Kolgate? Wegen dem Blau, meinst du? Ja, das ist eine Zahnpasta, die die dazwischen gelegt haben. Ja. Ja. Blau. Das ist überhaupt kein echter Eisberg. Doch. Das ist Unilever gesponsert. Entschuldigung. Ja, nicht schlimm. Ja. Genau, also der ist sehr, sehr groß unterwegs. Und jetzt haben sie gerade vor vier Tagen ist dieses hier, da kann man sehen, der ist, die dachten eigentlich alle, er wird jetzt von der Seite immer weiter unterspült. Und, und, äh, also, ne, halt, hier sieht man, dass überall was abbricht. So LKW-große Stücke oder Eisenbahn-große Stücke, könnte man sagen, brechen immer wieder davon ab. Und er wird halt Stück für Stück kleiner. Und je weiter er nach Norden kommt, da wird es dann wärmer, ähm, wird er, äh, abschmelzen. Er wird also irgendwann, ähm, äh, in wärmere Gefilde. Aber was er jetzt tut ist, ähm, naja, er ist gefangen worden. Und hier kann man das sehr schön sehen. Äh, das ist mit dem europäischen, äh, Satelliten Sentinel-3 aufgenommene Bilder. Und, äh, der Eisberg, äh, hat einfach angefangen auf der Stelle zu drehen. Und sie wissen nicht, sie wissen nicht genau warum. Weil in diesem Bereich, äh, des, äh, Südpolarmeeres gibt es halt sehr, sehr viele relativ unberechenbare Strömungen. Weil dort sehr, sehr viel los ist, was die Dynamik von Eisfluss, Wasserfluss und Strömungen und so angeht. Das ist nicht so super. Also, es ist zwar schon ein bisschen bekannt, aber die, die Geografie ändert sich fortwährend, weil andauernd, ähm, Eisberge irgendwo reinkommen und sich da dann noch was ändert. Und der dreht jetzt halt einfach seit ein paar Wochen auf der Stelle und wird nur sehr viel langsam kleiner. Aber, ja, irgendwann wird er halt weiter zerbrechen und, äh, nach Norden kommen. Ähm, ja, das ist, ähm, die ganze Geschichte. Was so spannend an der Sache ist, ist, ähm, wie man sich das anguckt. Und hier haben wir mal von der ESA, da gibt es, äh, offene Daten. Das werde ich auch mal gerade hier, äh, den Link, äh, reinschmeißen. Die ganzen Cent, die, diese ganze Geschichte mit, äh, die Sentinel-Satelliten, äh, die die ESA gestartet hat und die zur Europäischen Union gehören und die all ihre Daten unter einer freien Lizenz quasi veröffentlichen, sodass alle, äh, WissenschaftlerInnen auf der Welt quasi von den Erdbeobachtungssachen profitieren. Ähm, damit kann man ganz hervorragend mehr Eis verfolgen, weil sie eine bestimmte Technik benutzen und dann kann man halt durch Wolken durchsehen. Also, das nennt sich, ähm, Synthetic Aperture Radar. Das ist so zusammengesetzt, eigentlich bräuchte man eine vier Kilometer lange Antenne, aber es sind Satelliten, die sehr schnell in einer geraden Linie fliegen. Und dann kann man mit ein paar Tricks, äh, in einem bestimmten Wellenlängenbereich quasi so tun, als ob man eine sehr lange Antenne hat und eine Auflösung von wenigen Metern erreichen und dann halt solche Bilder bekommen, dass man halt relativ sauber, auf jeden Fall die Grenzen von so großen Eisbergen, ähm, teilweise mehrfach am Tag sehen kann. Und, äh, naja, man kann sich hier halt viele Details, die so in der Gegend, äh, noch rumliegen, äh, das sind die Elefanteninseln, auch angucken, was ich irgendwie sehr, sehr cool finde. Und, äh... Was meinst du mit Antenne? Ich hab das nicht verstanden mit der Antenne. Man bräuchte eine sehr lange Antenne. Genau, also eigentlich, um, um so ein Bild zu machen, bräuchtest du eine sehr, sehr lange Radarantenne, um überhaupt diese Auflösung zu machen. Ähm, also, aus dem Orbit, so groß sind sie Satelliten nicht. Du kannst da nicht irgendwie so eine lange Antenne mit, äh, mitnehmen, um so eine genaue Auflösung zu machen. Die machen das mit Radiowellen. Aber eine Antenne, aber eine Antenne empfängt doch, die sendet doch nicht, oder? Beides. Eine Antenne kann sowohl senden als auch empfangen. Und die Antenne würde die Bilder senden, oder? Ja, beides. Also, sie senden ein Signal, und dann gucken sie, was zurückkommt, und daraus kann man ein Bild dann machen. So funktioniert Radar auch. So diese Radarschüssel, die so dreht und so, die macht sowas ähnliches. Und, und Fledermäuse auch. Die benutzt aber kein Radar, sondern die benutzt ein Schall. Radar sind Radiowellen. Ja, ja. Und, äh, wenn, äh, Fledermäuse benutzen Schall, das sind andere Wellen, genau. Ja. Ja, äh, äh. Ja gut, okay. Nö, macht ja nichts. Äh, so sieht das, also das ist, ähm, das will ich jetzt, da will ich gar nicht so ins Detail gehen. Nein, äh, dieser, dieser synthetische, äh, Aperture Radar, so heißt das, S-A-R, das wird immer oft erwähnt, und das funktioniert deswegen so gut, weil, wenn du einen Satelliten hast, der fliegt halt sehr definiert in einer geraden Linie. Und dann kann man eine bestimmte Signalfolge nach unten, äh, äh, aussenden. Man hat mehrere Satelliten, die dann quasi, also man kann das mit mehreren Satelliten machen oder mit einem, dass man quasi nach vorne ein Signal schickt mit einer bestimmten Polarisation. Und wenn der Satellit dann da drüber fliegt, ein Stück weiter geflogen ist, dann kann man, fängt er die auf, fängt er die auf und dann hast du, dann ist es so, als ob du eine viel längere Antenne hättest und so schaffst du es dann aus dem Orbit so klare Bilder zu machen und das Witzige ist, dass du mit den Radiowellen, da sind Wolken durchsichtig und du kannst immer das Meereis sehen, egal wann. Und das ist ganz wichtig, äh, im Meer um die Antarktis herum, weil da ist es eigentlich immer bewölkt oder halt sehr, sehr häufig und deswegen konnte man hier den, ähm, den Eisberg sehr, sehr gut tracken. Ja, also der ist, der wird halt mit der Zeit, ähm, ähm, schmelzen und so, das ist jetzt nicht, äh, etwas, was, ähm, wahnsinnig, ähm, bedrohlich ist, auch nicht, dass das Trillionen von Tonnen an Masse sind, weil es ist ein Eisberg. Der ist vorher geschwommen, der ist abgebrochen und auf Grund gegangen, der wird mit seiner Masse jetzt nicht groß den Meeresspiegel anheben, weil er ist vorher schon geschwommen. Aber, wenn so ein großer Eisberg abbricht und von der Küste wegdriftet, dann ist ein wichtiger Schutzschild für den Gletscher nicht mehr da, weil der Gletscher hatte vorher dieses Vorfeld von Eis. Das ist jetzt aufgetrieben und weggeschwommen und jetzt ist da, wo das Meer, äh, ist jetzt quasi eine Stelle entstanden, wo das, äh, Wasser des Meeres direkt an die Gletscherwand an, äh, äh, anbranden kann. Und dann fängt es an, dass man das quasi, ähm, dasselbe, was mit dem Eisberg vorher passiert ist, dass, äh, das Meerwasser langsam unter den Gletscher laufen kann und dafür sorgen kann, dass darunter quasi Eismasse abgetragen wird und der Gletscher überhängt. Und wenn der dann abbricht, weil der Gletscher ruht auf einer Landmasse, auf der Antarktis, auf der Insel, und wenn der abbricht, dann trägt der mit seiner kompletten Masse dazu bei, dass der Meeresspiegel, äh, ansteigt. So ein Eisberg jetzt erstmal noch nicht. Es ist beeindruckend, dass es so ein großer ist, der schon so vor einer langen Zeit, also lange Zeit, 86, abgebrochen wurde und jetzt halt auf Wanderschaft gegangen ist und man das so schön beobachten kann mit unserer, mit den Satelliten und so. Aber, was halt, äh, die Konsequenz davon ist, wenn so große Dinger wegschwimmen, wird immer mehr von, ähm, Gletschermasse, die direkt auf Land aufliegt, äh, der direkten Brandung, also, beziehungsweise der, dem direkten offenen Meer ausgesetzt. Und da kann es dann halt durch Ebbe und Flut, äh, einfach weiter den Gletscher unterspülen und dann kann davon auch noch mehr abbrechen und erodieren. Ja. Genau, und, äh, das kann man hier in dem Video, da ist so ein bisschen dargestellt, ähm, das ist von der ESA. Da wird so ein bisschen, wie viel Verlust und Zuwachs rot ist immer das, was mit der Zeit, hier unten läuft so eine Timeline. Ich mach das nochmal zurück, damit man das so ein bisschen verfolgen kann. In den letzten 20 Jahren, wie viel Eis hinzugekommen ist und wie viel Eis verloren wurde. Also, da wird, da wächst auch immer wieder Eis hinzu. Aber mit der Zeit ist der totale Eismasse, ist der Trend, äh, jetzt gerade wieder leider am nach unten gehen, was, äh, das angeht. Und es ist ein Ungleichgewicht da, dass, äh, die Antarktis besonders hier auf dieser Seite immer mehr Eis verliert und nicht so viel hinzugewinnt, wie das früher der Fall war. Ähm, genau. Aber es gibt jetzt da, es gibt jetzt einfach dieses Ereignis, dieser Eisberg ist wahnsinnig groß und dann wurde mal, äh, der Fokus darauf gelenkt, dass man mit Sentinel-3-Daten ganz, ganz furchtbar viele schöne Sachen machen kann, wo man diese Dinger nachverfolgen kann. Und, äh, genau. Das habe ich jetzt einmal kurz erzählt und ein paar Fotos gezeigt und, äh, ein paar Links reingeschmissen. Ja, das war schon der Eisberg. Der Eisberg. Ja. Ja. Dankeschön. Danke. Wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf. Habt einen schönen Abend. Wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüss. Genau. Tschüss. Vglasen. 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 Vivis.